Ich will ein bisschen Wasser! Wir sind auf der Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich sprech grad mit Koller. Koller! Geben Sie mir Koller! Koller! Sie wissen, dass Berlin auf der Artilleriefeier liegt? Nein! Ja, sagen Sie! Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilpark Werder! Wäßige Aufregung in der Stadt! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben! Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder! Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobung ermeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stacke! Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen! Das ist unerhört! Unerhört! Der Russe steckt fünf Kilometer vor dem Stacke! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer! Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder! Achtung sein! Achtung sein! Achtung sein! Achtung sein! Untertitelung des ZDF, 2020